Hey, da seid ihr ja wieder. Der letzte Part wurde leider nicht mit der kompletten Crew geschafft. Wie ihr gesehen habt, gab es keine Chance für Ash zu überleben. Wir konnten seinen Körper aber in den Saferoom ziehen und da wir uns in einem Krankenhaus befinden, haben wir ihn selbstverständlich reanimiert. Wir werden uns nun auf den Weg zum Dach machen und falls uns jemand hört, wir würden da oben gerne abgeholt werden. Es ist noch zwei da, also. Dann nehm ich es jetzt noch mit. Schermaine muss eins mitnehmen, ja. Habt ihr alles hier zwei Bauf angehoben? Tja, ich hab ne Rifle. Haben wir es ja geschafft. Ich verstehe nicht, mal ihn gerade. Wird keiner mitnehmen? Ich hab doch. Ne, will ich einen mitnehmen? Nimm was du willst. Ich hab zwei am Sprechen. Ich glaub, ich hoste deswegen. Boah, ich brauch erstmal ne CFD hier, ey. Ne, ich hoste. Türen zu machen an den Seitengängen. Alter. Er kützt was. Es klopft nur an die Türen. Es klopft jemand. Ok, kommt, 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 kommt. Kommt, kommt, kommt. Das dritte Level, also das vierte Level hier, das geht eigentlich. Das ist machbar. Ich geh gleich in die Rose, ey. Ich, oh. Puh. Du hast richtig abgeballert, ey. Der ist da oben drin. Wenn der Tank hier kommen würde, wär am optimalsten. Incoming Attack. Geh die Ecke setzen. Äh, wir gehen hier in den Raum. Kommt hier hoch. Ich geh in die Ecke. Ich geh in die Ecke. Ich geh in die Ecke. Seht das im Tisch? Einfach nicht mehr bewegen ab jetzt. Mach die Tür zu. Versperr sie. Da klopft jemand. Wer ist da? Hallo? Da waren unsere Groupies wieder. Was wollte er reinkommen? Ja. Ich geh in die Tür zu. Ich geh in die Tür zu. Ich geh in die Tür zu. Ok, weiter. Oh. Die Rezeptionistin wollte nicht. Immer schön niederknüppeln. Oh, hier ist noch ein Patient. Jetzt. Achtung. Oh, Buma. Zurück, zurück. Da kann ich halt die Tür zu, man. Der macht die Tür dauernd auf. Da ist der Charme natürlich. Charme, komm rein. Los, 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 los. Bitch. Achtung. Die ist die ganz in der Nähe. Ja, die sitzt hier in dem Raum, weil der Arzt tot ist. also auch vorbei bloß alles bis zum Fahrstuhl durchschaffen wir beeilen uns jetzt ein bisschen kommt einfach weil wir laufen wir setzen uns schön in die Kammer hier rein hier in dieses schöne Kämmer hier und nur Schlag bitte gehen wir hier hinten in die Ecke oder gehen wir hin? Schön in die Kammer hier rein hier in die Kammer noch weiter rein, zurück, zurück, Ash, du bist doch nicht drinnen Ash, du bist doch nicht drinnen, Shamay, du bist doch nicht drinnen zurück Hallo, wo steht ihr denn hier im Zurück? Ich glaube, ihr seht das nicht Ash, Rana, in die Richtung wo seid ihr denn? In der Kammer! ihr müsst erst die Zombies das war's Schlag, du wenigstens nur schlagen genau hier ist doch die Kammer direkt hinter euch, ihr wart beide nicht drinnen nur schlagen ich hab nix gesehen, ich hab gar nicht gewusst durchschlafen ich aber ehrlich gesagt auch nicht, war du zu bevor das Event doch los ging, hättet ihr doch schon hier reingehen können ja, hab ich sofort gesehen die Kammer ich weiß nicht, dass du die meintest ich hab ja gesagt, ich hab ja gar klar ich hab ja gar nicht ja, das ist was er denkt ich hab ja gar nicht überrascht du schlägst ich schieß okay Ich habe sehr auf die Special Infected abgesehen. Nix da. Nix da. Die Mies können wir hier nicht mitnehmen, deswegen benutzt eins und tippt das von denen aus. Ok. Hinter die liegt noch eins dann. Ja. Da hinten ist er, da hinten ist er. Ja die kommen oben nochmal. Das ist zu weit weg. Das ist bestimmt nur ein Fail schon. Da unten ist er. Da unten. Da unten. Wer ist denn das? Der Neger oder? Der P ist da. Kommen die von oben? Ne die kommen wir noch nicht. Jetzt schau. Wieso läuft hier keine Fahrstuhlmusik? Das ist richtig schön. Das wäre super lustig wenn die gute Fahrstuhlmusik laufen würde. Und wir bleiben auch noch schön eine Etage bevor wir oben sind stecken. Da sind sie. Da sind sie. Da sind sie. Da sind sie. Da sind sie vor euch wieder. Ah. Gut. Hallo. Oh. Smoker. Bitte. Schau mal in den AFK. Ein anderer muss mir helfen. Ich hab dich. 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 Hier müssen die Zombies machen. Den Zombie. Den Zombie. Mach den Zombie. Der der mich schaut. Charmaine bist du anwesend? Ja. Klar bin ich anwesend. Ich geh jetzt durch. Mag nicht mehr. Ich hab Angst. Du musst ins Laufen. Gleich kommt der Tank aber. Oh. 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 Kommen wir mal um. Komm doch nicht zu den. Okay, weiter. Ich wurde angekaut. Okay, alle sind da zusammen. Bleib hier sitzen. Schlagen, 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 schlagen. Kommen sie da durch die Ecke. Gut, laufen, laufen. Da ist noch der Smoker, Achtung, links. Müsstet irgendwo sein, ey. Und rein. Wollen wir da was aufheben, bevor wir zumachen? Nee, ist egal. Liegt beides immer noch da. Jetzt kommt das Finale, Leute. Finale!